In diesem Video zu Physical Computing werde ich zeigen, wie LEDs mithilfe von GPIOs geschaltet werden können. Für die Beispiele verwende ich einen Raspberry Pi 3 und einen Arduino Uno. GPIO steht für General Purpose Input Output, die jeweiligen Pins können also je nach Verwendungszweck als Schnittstelle zum Einlesen oder zur Ausgabe von Signal. Um wie hier einen Verbraucher schalten zu können, wird der Ausgabemodus benötigt. In diesem Modus kann an einen der Pins per Software entweder eine Spannung von 0V... ...oder 3,3V beim Raspberry Pi... ...beziehungsweise 5V am Arduino gelegt werden. Gemessen wird die Spannung dabei immer zwischen Masse und dem betreffenden Pin. Schaltet man einen Verbraucher zwischen den GPIO und Masse, so verhält sich der Pin als Spannungsquelle und es fließt der technisch definierte Strom aus dem Pin durch den Verbraucher zur Masse. Wie jede reale Spannungsquelle, so kann auch ein GPIO Pin nur einen begrenzten Strom liefern. Wird dieser überschritten, so führt das zur Zerstörung des jeweiligen Rechners. Als Verbraucher werden in diesem Video LEDs verwendet. Diese lichtemittierenden Dioden müssen mit der korrekten Polung betrieben werden, dabei muss die Kathode in Richtung Masse des Stromkreises zeigen. An diesen LEDs mit rundem Gehäuse ist die Kathode durch eine Abplattung zu erkennen. Ferner ist der Pin der Kathode kürzer als derjenige der Anode. Die Anode muss zum Betrieb in Richtung der positiven Spannung zeigen. Eine LED darf niemals direkt mit einem GPIO und Masse verbunden werden, es muss immer ein sogenannter Vorwiderstand in Reihe geschaltet sein. Durch diesen Reihenwiderstand wird der maximal fließende Strom begrenzt. Für den Wert des Vorwiderstands müssen zwei Größen beachtet werden. Der maximal zulässige Strom durch die LED, der im Datenblatt gelistet ist und für diesen Typ 20mA beträgt... ...und der maximal zulässige Strom, den der betreffende GPIO Pin liefern kann. Für den Arduino Uno sind 20mA pro Pin das Limit, für den Raspberry Pi 16mA. Somit kann der Arduino den Strom liefern, den die LED verkraftet, während im zweiten Fall der Raspberry Pi das Limit setzt. Nach dem Ohmschen Gesetz können wir den kleinstmöglichen Widerstand für einen Stromkreis in beiden Fällen unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausgangsspannung errechnen. Für den Arduino erhalten wir einen Wert von 250 Ohm, für den Raspberry Pi ergibt sich 206,25 Ohm. Um nicht ganz ans Limit zu gehen, verwende ich 270 Ohm für den Arduino und 220 Ohm für den Raspberry Pi. Der Reihenwiderstand wird entweder zwischen Kathode der LED und Masse... ...oder zwischen Anode der LED und GPIO geschaltet, die LED funktioniert in beiden Fällen, solange die korrekte Polung beachtet wird. Schließt man die LED mit falscher Polung an den eingeschalteten GPIO an, so leuchtet diese nicht, es besteht dabei aber keine Gefahr, das jeweilige Board zu beschädigen. Leuchtet die LED trotz korrekter Polung nicht, so ist zu überprüfen, ob der GPIO Pin eingeschaltet ist. Am Arduino liegt dann nach wie vor eine Spannung von mehr als 4,5V an... ...am Raspberry Pi mehr als 3V. An dem Reihenwiderstand am Arduino messen wir einen Spannungsabfall von 2,61V, womit im Umkehrschluss ein Strom von 9,7mA durch diesen und somit auch durch die LED fließt. Beim Raspberry Pi messen wir 1,12V, was einem Strom von sogar nur 5,1mA entspricht. Die Abweichung von dem erwarteten Wert ergibt sich aus der Tatsache, dass an den LEDs im Betrieb ebenfalls eine Spannung abfällt, die in unsere Rechnung einkalkuliert werden muss, wenn man wirklich ans Limit gehen möchte. Ein weiterer Blick ins Datenblatt der LED verrät, dass der Spannungsabfall in Vorwärtsrichtung typischerweise 2V entspricht. Für die Berechnung des Vorwiderstandes müssen diese 2V von der Spannung am GPIO abgezogen werden, womit sich für den Arduino ein Widerstandswert von 150 Ohm und für den Raspberry Pi von nur 81 Ohm ergibt. Ich verwende damit 180 Ohm am Arduino und 100 Ohm am Raspberry Pi. Nun fällt an dem Widerstand am Arduino eine Spannung von 2,44V ab, was einem Strom von 13,6mA entspricht... ...beziehungsweise 0,91V am Raspberry Pi, was 9,1mA entspricht, womit wir in beiden Fällen deutlich näher an den theoretisch erwarteten Wert kommen. Gehen wir beim Raspberry Pi auf einen Reihenwiderstand von nur 68 Ohm, so messen wir eine Spannung von 0,78V, was mit 11,5mA immer noch deutlich von den gewollten 16mA entfernt ist. Wird an einen GPIO ein Verbraucher angeschlossen, so fällt die Ausgangsspannung. Beim Arduino beträgt die Spannungsdifferenz 0,23V mit dem 270 Ohm Reihenwiderstand... ...und 0,33V mit dem 180 Ohm Reihenwiderstand. Am Raspberry Pi messen wir 0,17V mit dem 220 Ohm Reihenwiderstand... ...und 0,38V mit dem 68 Ohm Reihenwiderstand. Mit steigender Last fällt die Ausgangsspannung an dem GPIO wie bei jeder realen Spannungsquelle. Mit den höheren Reihenwiderstandswerten besteht eine geringere Gefahr euren Raspberry Pi oder Arduino zu zerstören, man sollte nur in Ausnahmefällen mit der angeschlossenen Last an den Grenzwert gehen. Wie zu sehen ist der Unterschied in der Leuchtkraft zwar sichtbar, in der Praxis jedoch meist von untergeordneter Bedeutung. Per Software können die LEDs nun ein- und ausgeschaltet werden, entsprechende Beispielcodes gibt's auf meiner Projektseite. Wer eine LED schalten kann, kann auch mehrere LEDs schalten. Hier sind aber weitere Stromlimits unbedingt zu beachten. Die GPIOs des Arduino sind in zwei Gruppen geschaltet, für die der Gesamtstrom 150mA nicht überschreiten darf. Im Idealfall dürfen nicht mehr als 14 LEDs mit einem Strom von 20mA geschaltet werden. Sollen alle 20 GPIOs des Arduino mit LEDs bestückt werden, so ist man mit einem Strom von 10mA pro LED auf der sicheren Seite. Als Vorwiderstand ergeben sich 500 Ohm, wenn man den Spannungsabfall an der LED nicht berücksichtigt, hier verwende ich 560 Ohm. Wie zu sehen leuchten die LEDs auch damit ausreichend hell, um zuverlässig zu erkennen, ob ein GPIO eingeschaltet ist. Beim Raspberry Pi sind 100mA die Grenze für den Gesamtstrom. Somit dürfen nicht mehr als 6 LEDs zu je 16mA geschaltet werden. Der hier zu sehende Raspberry Pi 3 besitzt 28 GPIOs, womit sich etwas mehr als 3mA pro GPIO ergeben, wenn alle Ausgänge mit einer LED bestückt werden sollen. Als minimaler Widerstand ergibt sich ein Wert von etwa einem Kiloohm ohne Berücksichtigung des Spannungsabfalls an der LED. Die LED leuchtet mit diesem Vorwiderstand nur noch recht schwach. Anstatt den Reihenwiderstand zu verringern, sollte man zu LEDs mit einem höheren Wirkungsgrad greifen. Die hier zu sehende weiße LED leuchtet mit dem 1kohm Vorwiderstand und einem sich daraus ergebenen Strom von weniger als einem Milliampere deutlich heller als die grüne LED. Bislang haben wir die LEDs inklusive Reihenwiderstand zwischen GPIO Pin und Masse geschaltet. Dabei fließt bei eingeschalteter LED der technisch definierte positive Strom aus dem betreffenden GPIO durch die beiden Verbraucher hin zur Masse. Man spricht in diesem Fall vom GPIO als Stromquelle, im Englischen von Source Current. Die LED inklusive Vorwiderstand kann aber auch zwischen den GPIO und plus 5V beim Arduino... ...oder plus 3.3V beim Raspberry Pi geschaltet werden. Dabei muss die Kathode der LED entweder direkt... ...oder über den Vorwiderstand mit dem GPIO verbunden werden. Ist nun der betreffende Pin auf High Level, so liegen sowohl zwischen Masse und GPIO des Arduino plus 5V an, als auch zwischen Masse und dem plus 5V Pin. Zwischen den beiden Punkten des Verbrauchers fällt keine Spannung ab, die LED leuchtet entsprechend nicht. Erst wenn der GPIO per Software auf Low geschaltet wird, fließt ein Strom aus dem plus 5V Pin über die Verbraucher in den GPIO. Man spricht dann vom GPIO als Strom senke, im Englischen vom Sink Current. Auch in dieser Betriebsart fällt die Spannung unter Last, wir erhalten eine Differenz zum unbelasteten Zustand von 0.22V mit einem 270 Ohm-Reihenwiderstand. Im Betrieb als Strom senke kann der Arduino ebenfalls einen Gesamtstrom von 300mA verkraften, der sich auf drei Gruppen von Pins verteilt. Damit sollte in dieser Betriebsart der Strom pro GPIO ebenfalls 10mA nicht überschreiten, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Beim Raspberry Pi ist die Situation gleich, die Last muss aber unbedingt zwischen dem GPIO und dem plus 3.3V Pin angeschlossen werden, da eine Spannung von plus 5V zur Zerstörung des Pi führen würde. Auch hier ist bei eingeschaltetem GPIO die LED ausgeschaltet, da die Spannung an beiden Punkten des Stromkreises plus 3.3V beträgt... ...während bei ausgeschaltetem GPIO der positive, technisch definierte Strom vom plus 3.3V Pin über die Verbraucher in den GPIO fließt. Die Differenz der Spannungen mit angeschlossener Last im Vergleich zum unbelasteten Zustand beträgt 0.37V, hier wurde ein 68 Ohm-Reihenwiderstand verwendet. Für den Betrieb als Strom senke gilt ebenfalls ein Limit von 100mA Gesamtstrom und somit etwa 3mA pro GPIO, um auf der sicheren Seite zu bleiben. Hier sind zwei LEDs inklusive Vorwiderstand zwischen zwei GPIOs geschaltet. Die Kathode der grünen LED zeigt dabei zum linken GPIO, die der roten LED zum rechten GPIO. Sind beide Pins auf Low, so beträgt die Spannungsdifferenz 0V und keine der beiden LEDs leuchtet. Wird der rechte Pin auf High geschaltet, so fließt ein Strom aus diesem Pin über die grüne LED und deren Reihenwiderstand in den linken Pin. Der rechte GPIO fungiert als Stromquelle, der linke GPIO als Strom senke. Die rote LED ist in Sperrrichtung geschaltet, weshalb durch diesen Zweig kein messbarer Strom fließt und diese LED entsprechend nicht leuchtet. Wird auch der linke Pin auf High geschaltet, so fällt zwischen beiden GPIOs erneut keine Spannung ab, keine der beiden LEDs leuchtet. Erst wenn nun der rechte Pin wieder auf Low-Pegel geht, fließt ein Strom aus dem linken Pin über die rote LED und deren Reihenwiderstand in den rechten Pin. Nun ist die grüne LED in Sperrrichtung geschaltet und leuchtet nicht, obwohl zwischen beiden Punkten des Stromkreises eine Spannung von 4.48V abfällt. Da je nach Zustand der beiden GPIOs immer nur eine der beiden LEDs in Vorwärtsrichtung geschaltet sein kann, genügt ein einzelner Reihenwiderstand wie ich hier beim Raspberry Pi zeige. Es kann also auch ein Strom zwischen GPIOs fließen, wobei ebenfalls die Maximalwerte pro Pin nicht überschritten werden dürfen. Ein Kurzschluss zwischen GPIOs kann den entsprechenden Rechner ebenfalls zerstören, weswegen beim Experimentieren immer passende, entsprechend isolierte Stecker verwendet werden sollten. Die hier zu sehenden blanken Drähte dienen nur der Veranschaulichung der Schaltkreise und sollten in der Praxis keinesfalls verwendet werden. Somit solltet ihr die physikalischen Grundlagen zur Beschaltung von GPIOs als Ausgang prinzipiell verstanden haben und ihr könnt mit entsprechender Software eure eigenen Lichtspiele programmieren. Die Beispielprogramme mit Erläuterungen findet ihr auf der Projektseite. Wer mich in meinem Bemühen, die Kapitelreihe zu Physical Computing weiter auszubauen, unterstützen möchte, kann die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer! In diesem Sinne, danke fürs an Google und bis bald!